Dieser gebrauchte Renault Collius steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist 5 Thürich und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 54.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, Dachrailing, Navigationssystem und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020